Dann halt mal ein Spiel ab, aber das soll doch nicht die Regel ein, erst recht nicht, wenn wir im Playoff sind. Zweites Luftloch Jungen Marber Zeller, wieder der Kickaufschlag schieben, der misslingt dann, schöne Annahme jetzt von Carlson, das fällt auf, oh, das war jetzt ein leichter. Oh, zweimal jetzt, ja, weit über den Tisch geschoben, jetzt sehr gut, ja, das war zu lang jetzt für von Kassel. Also Kassel, beim nächsten Mal wird er dann sicherlich abzählen. Auf die langen Aufschläge von Carlson, die parallel sind. Und jetzt ausgerechnet im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, fällt es denen ein, klasse Rückhand jetzt hier. Abgelegt und hat jetzt wirklich Probleme gehabt. Variante weiterhin von der Vorhand. Ah, Carlson jetzt Glück. Vier Punkte in Folge. Der jetzt 2-0. Ah, jetzt auch mit dem langen Aufschlag von Carlson durchspielen und ja, hoffen, dass er einen Lauf bekommt. Carlson nachlässt, aber der spielt eigentlich jetzt. Ballwurf war, wissen wir das nicht. Jetzt. Ein bisschen überraschend, dass hier Kassel 0-2 und 3-7 zurückliegt. Oha. Ja, das ist. Ja, wieder dieser aggressive Schupfball. Aggressiv gegengezogen, mit der nötigen Härte. Rückschlag besser gewesen. Wirklich besser. Kommt jetzt nochmal zurück. Oh, Wahnsinn. Ach, das war ein sensationell guter Rückschlag hier von. Der war extrem. Gut so hoch jetzt. Ja, da war zweimal die eigentliche gute Gelegenheit für Carlson zur Eröffnung, hat sich aber nicht getraut. Ja, das weiß er selber, dass er vielleicht. Ah, sensationell gespielt. Vorteil, aber jetzt hat Carlson Matchball. Ah, Flip und jetzt hat er die gute Lage. Er lässt liegen. Heilsbeet. Geschwindigkeit, aber jetzt schauen wir uns den Ballwechsel an. Ja, da ist es. Unglaublich. Also Carlson lässt... Lässt er auch liegen. So hoch. Den lässt er nochmal liegen. Ja, wieder dieser klasse Block von der Ecke sich aussuchen kann. Oh, der kommt. Wahnsinn. 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 Was für zwei schwere Bälle von beiden. Auch von Carlson. Super Goal. Und dieser Ball von Carlson, den er da holt, das ist für Carlson extrem schwer gewesen. da nachzusetzen. Weil da auch so diesen Zeitunterschnitt drin, also... Ja, wieder dieser Ball, äh... Ja, wichtig jetzt. Enorm. Dieser Aufschlag. Holt sich vier Matchbälle. Wer hätte das gedacht? Er hat nur noch einen Matchball. Mein Gott. Dreht sich das Spiel jetzt wieder. Wahnsinn. Nein. Das ist der... Wie soll es anders sein, Carlson mit dem Eröffnungsfehler?